Servus Leute! Da bin ich mal wieder nach 10 Jahren oder so ähnlich. Hier mit Kirby's Adventure fürs NES. Yeah! Ähm, ja. Ihr habt fast eine Woche eigentlich nichts mehr so von mir gehört oder gesehen. Hatte schon seine Gründe. Ähm, ja die letzte Woche war sehr ereignisreich und stressig und alles und... Ja, aber jetzt scheint wieder alles soweit in Ordnung zu sein. Deswegen können wir, denke ich mal, hier auch gepflegt weitermachen. Ähm, nein, nicht da reingehen. Ist wieder raus. Dankeschön. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wir gehen hier rein. Ich lasse mich gleich totmachen, weil ich nur eine Energie habe. Und das sehr unsinnvoll wäre, damit weiterzumachen. Ich werde eh gleich Game Over sein. Ähm, okay. Okay, 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 okay. Ich hatte schon zwei Fehlaufnahmen. Scheiße. Ich mache es jetzt erstmal auf meine Art. Obwohl ich ja mit dieser Fähigkeit eigentlich ziemlich gut höher springen könnte, aber... Ich weiß sowieso nicht, was das soll. Und Leute, ich mache hier nur einen kurzen Save-Set, weil ich keinen Bock habe, von unten nach oben das nochmal hundertmal zu machen, wenn ich beim Gegner verliere. Bis gleich. So, Leute, dann geht es auch ganz schnell weiter hier. Ja, ich habe ehrlich gesagt... Ja, ich hasse diesen Gegner. Der kotzt mich jetzt schon wieder sowas von derbste an. Gott. Genau. Ich habe vergessen, dass ich die Fähigkeit habe. Wieso klappt das bei mir nicht? Ich mache alles kaputt, ey. Oh, das wird so eine Blamage jetzt wieder hier. Ich hasse diesen Endgegner. Ahaha. Mann. Was mache ich denn? Ich kann gleich den Save nochmal loaden, wie schlecht ich bin. Aha. Wieso klappt das bei mir nicht? Verflucht. Ich raste. Nein. Bleib doch hier. Ich raste gleich schon wieder aus. Ich schwöre es dir. Ahaha. Ja, den, den Trick. Ahaha. Bis gleich, Leute. So, Leute. Jetzt geht es auch schon ganz schnell weiter. Oh Gott, ich habe Angst vor dem, muss ich ehrlich sagen. Okay, das war knapp. Ich muss ihn irgendwie versuchen mit... Ja, dieser Fähigkeit zu besiegen, aber nicht so behindert, ey. Ja, ja, ja. Nö, nö. Du trottlicher Trottel. Alter. Ho, ho, ho. Der kommt nicht so hoch hier. Scheiße, scheiße. Lass mich ihn holen. Oh, nee. Das war dumm. Komm, mach na hi. Mach na hi. Ich bin fast... Ja, natürlich bin ich... Wie so. Oh, mein verfluchte Scheiße. Ich hasse diesen Ossi. Ich habe nichts gegen Ossis, aber... Ah! Shit! Ja, dann... Nochmal, nochmal. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Einmal habe ich ihn getroffen. Der ist so... Der ist unkontrollierbar. Unkontrollierbar. Okay, okay. Ja? Der ist gar nicht mehr so schwer. Ja, ja, ja. Ich bin gut. Ich bin perfekt. Leute. Fast. Ja, ja. Nein, 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 nein. Du machst mich nicht tot. Ah! Fähigkeit, okay. Komm, 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 komm. Ja? Ja, Leute, Leute. Leute, ich habe es geschafft. Und es war nicht mehr so schwer. Schnell, die Zeit, die Zeit. Oh. Meine Güte. Da könnt ihr tanzen hier, Kirby-Viecher. Gott sei Dank. Wir sind in Feld 5 angereicht. Joghurt Yard. So, da gehen wir in ein Ei, da gehen wir in ein Ei. What the heck hier? Dann gehen wir da gleich mal ins erste Level rein. Oh, Leute. Ich habe zwar nur noch null Leben. Ich werde fast Game Over sein, aber... Ja, toll. Ich hatte die Fähigkeit, ne? Ach, genau. Die Kanon-Viecher. Ach, und die erst recht, oder was? What the heck hier? Hilfe! Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich fliege einfach drüber hinweg. Schwert! Hey! Sag er mal. Ey, will die mich einfach töten? Dö, dö, dö. Was ist das denn? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Einfach weiter. Äh? Wo ist denn hier hin? Aha, verstehe, verstehe. Genau. Da kommt nur Mist hier raus. Was ist das bitte hier? Für eine schwule Nummer. Ach, kommt. Nee, Leute. Nein. Darauf habe ich echt keine Lust. Oh, 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 oh. Das war eine Scheißidee. Ist da wenigstens hier was drin, oder was? Ach, ach, komm, Leute. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ist das auch eine Fähigkeit? Freeze! Kann ich jetzt alles einfrieren, oder was? Haha, ich kann wirklich alles einfrieren. Wie geil ist das denn? Na, das kennen wir doch irgendwo ja. Die muss ich aber nicht alle töten, oder? Sich die alle töten? Verstehe ich irgendwie jetzt nicht wirklich, aber... Hä? Fähigkeit, Fähigkeit! Ach, leck mich, Fähigkeit. Oh, Scheiße, ich bin Game Over. Verdammte Scheiße! Continue! Ja, wir wissen's. Auch nicht schlecht, in diesem Display, in diesem Babyspiegel Game Over geworden zu sein. Ist zwar an sich peinlich genug, aber okay. Wir lassen uns jetzt gar nichts anmerken. Genau, ey, du blöde Wichskanone da unten, ey, komm. Ist doch nicht normal. Das ist doch total geisteskrank. Ey, Kirby, wie kannst du mir eigentlich sowas antun? Ja, Baby, yeah! Zelda Kirby ist wieder unterwegs. Weh, du lässt dir die Fähigkeit nehmen. Ich bring dich um. Ja, so ist es brav. Rein mit dir! Oh, jetzt kommt dieser Abfuck wieder. Denkst du dir, es bringt was, wenn ich so mach, Leute? Ich glaub mal nicht, oder? Hey, da ist Energie. Wow, ey! Oh Mann, ey! Was ist denn das für eine Drecksscheiße? Ey, ich wollte den haben, ey! Komm! Ey, nee, langsam reicht mir dieses Spiel ganz ehrlich. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, oh, oh. Was kann der machen? Needle! Needle, Needle! Ich bin ein Needle! Was ist denn, Leute, wenn ich jetzt einfach daran vorbeigehe? Geht's da überhaupt weiter? Da geht's doch weiter, oder? Ja, eben. Warum sich dann da ewig dran... Äh... ...hier aufhalten? Das verstehe ich gar nicht. Das bringt doch gar nichts. Push A! Und ich hab B gedrückt. Auch nicht schlecht, oder? Der eine Kirby ist rosaner als der andere. Pfff! Und, Leute, seht ihr? Das war schon Level 1. Meine Güte, ich will ja keine Secret-Dinger hier finden, sondern einfach nur das Spiel jetzt mal durchhaben. Ich will nicht 100%. Needle, Needle! You need a Needle! Hahaha. Lustiges Wortspiel, oder? Ach du! Du wolltest schon mal Ärger von mir haben, hab ich gehört. Okay, er will keinen Ärger... Oh Mann! Jetzt hab ich nichts mehr, jetzt hab ich nichts mehr. Wie kann man sich bei einem Kirby-Spiel aufregen? Tja. Och komm, weiße Fische hier, oder was? Wasser. Du, du, du. Schönes Leben. Ich will das Viech da haben. Kann man das haben? Nothing. Nothing to you. Nothing for you. Ey, Leute, ich geh hier noch in dem Spiel ein. Ganz ehrlich. Schwimm, Kirby, du Frisch-Kirby! Och nö, was ist das denn für ein trauriges Viech? Und rein mit dir, rein mit dir. Ah, Schweine! Oh, wie soll man das wissen? Das haucht die Schweine nicht an. Die sind aggressiv. Wie bin ich denn jetzt gelandet? Kann ich das Viech da haben? Spark! Spark ist gut! Schwert wäre noch besser gewesen. Ich mach's kaputt. Auch nicht schlecht. Ist irgendwie durch? Nee. Ah, Kirby, du machst mir echt Kummer und Sorgen in diesem Spiel. Ah, 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 ah! Flieg doch, Kirby, du kannst das Viech nicht kaputt machen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Nein, wir gehen einfach vorbei. Wow, 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 wow! Hm, okay. Was ist das denn hier für ein Irrgarten? Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ah, toll. Das war ja wieder klar. Ich mach lieber ohne Fähigkeit dieses Spiel. Ich bin gleich wieder tot. Ich hasse es. Ich werde gleich wieder sterben. Ach du Scheiße. Ja. Guck mal was in meine Richtung werfen. Du Trottel. Ist das ein Affe eigentlich? Ja, darin, der bringt's mir nichts, wenn du's wirfst. Oh, oh, ich hab vor dem Angst. Was passiert jetzt? Äh, äh, das Un... Ja, unsympathisch und ich bin tot. Auf Wiedersehen. Pium. Ihr werdet im nächsten Part sehen, wie ich mich anstelle. Auf Wiedersehen. Das war die schusselige Yoshina. Tschüss.